So, wir gehen vielleicht, ne, vielleicht in die letzte Runde Argus rein, ich hab nochmal überlegt, wer Ace sein könnte, ne, also ich hab ja, ähm, Betty so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, ähm, dann ist mir noch eingefallen, es könnte vielleicht ja auch Tim irgendwie sein, ne, weil der weiß ja auch sehr viel über, ja, diese ganzen Legenden, über diese Storys und so, ne, und ähm, und dieser Ace weiß ja auch viel über diesen, naja, Gegner quasi, ne, von, von, hier dieser Ragan, genau, da weiß Ace ja auch ziemlich viel drüber, Shadow glaube ich irgendwie nicht so richtig, wegen, könnte man ja meinen, ne, wegen, wegen dieser Hecke, Hecke, ähm, Heckerei, und, ja, ansonsten wäre mir noch, ähm, hier, Fontane wäre mir noch eingefallen, ne, Fontane wäre vielleicht auch eine ganz gute Option, einfach, ach, ich muss mich mal richtig, äh, 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 richtig hinsetzen, und ich hab Frosch im Hals, äh, Fontane wäre halt auch so ein bisschen irgendwie, ja, weil sie halt so viel auch weiß, ne, weil das Geschichtliche, hier, und auch, auch, auch dieser Ace, der wirkt auch sehr, sehr interessiert, ähm, aber sonst haben wir, glaube ich, keinen Hinweis oder so, ne, ich gucke nochmal hier so, Ne, nicht so richtig, ne, im Namen vielleicht, weiß ich nicht, naja, keine Ahnung, wir werden es wohl noch erfahren, ich gehe mal in die Gruppe rein, und wir sind stehen geblieben, beim, beim Wort für Hoffnung, Genau, die Hoffnung, genau, die Hoffnung, und ich glaube, das ist sogar Lateinisch, ne, ähm, also, Okulus war, hab ich schwer vergessen, Ich hab's irgendwie gegoogelt, hat es vorhin, äh, Amos irgendwas mit Liebe, glaube ich, gewesen, Ignis Bellum hab ich gar nicht mehr gegoogelt, weil ich dann, ja, Spess oder Spess oder wie auch immer man das ausspricht, ähm, das ist die Hoffnung, Okulus sind Augen, ich glaube Augen, ähm, Spess müsste das sein hier, dann nehmen wir das mal direkt, Spess, Spess, Oh Heilige Äh, das war, äh, intensiv Ok, äh, Shadow, sie müssen sofort aus den Katakomben raus Memo Zentrale, das Erdbeben wird immer stärker, wir, wir, wir brauchen hier ganz dringend den Spezialtrupp Ich weiß nicht, wie lange die Wände hier noch halten, hier stürzt gleich alles ein Das klingt gar nicht gut Fuck, sie sind gerade mitten im Ritual, was sollen wir bloß tun? Oh Gott Ähm Ja, sie müssen halt raus, aber das Ritual ist ja gleich fertig Eigentlich Tim Ihnen bleibt keine Zeit mehr Ähm Was war das jetzt? Caro Sebastian, es funktioniert Betty steht zwar unter Schock, aber Argus hat sie nicht mehr unter Kontrolle Ben, Leute, der Wahnsinn hat endlich ein Ende Mhm Dass das von Ben kommt, ist echt ein bisschen strange Argus wird nie wieder jemandem etwas tun können Oh fuck Boah, das ist echt komisch, dass er noch so normal schreibt, ne Die Wände, hier stürzt alles ein Ihr müsst da raus, aber es geht allen gut Kann Betty laufen? Ihr müsst da raus Einfach raus Raus da Jetzt geht's aber richtig Ähm Ace Die Felsen werden alles unter sich begraben Sie werden Argus fesseln und sein Grab für immer verschließen Lauft Jenny ruft an Jenny ruft an Okay, das sieht nicht gut aus Aber sie werden's schaffen, oder? Sie müssen es schaffen Ace schreibt einfach in die Gruppe rein Amy Oh Gott, nein, bitte Lass sie nicht sterben Tim Helmut und die anderen werden es rausschaffen Ganz sicher Beten wir, dass sie es schaffen Ja, das werden sie Es wird verdammt knapp Das werden sie Shadow Das ist die richtige Einstellung Hoffnung ist alles, was wir jetzt noch haben Tim Aber was ist mit Argus? Ist es wirklich vorbei? Haben sie es geschafft, ihn zu vernichten? Amy Ja, ich kann es selbst doch gar nicht fassen Das Böse ist besiegt Die Cinemombis sind echte Helden Shadow Das sind sie Sie haben unser aller Leben gerettet Amy löscht wieder Aber warum zum Teufel melden sie sich nicht? Wenn sie draußen wären, hätten sie doch geschrieben Ich verstehe das auch nicht Du wirst sehen, sie melden sich gleich Na komm Die werden sich gleich melden Ich hoffe, dass nichts passiert Ich habe nebenbei versucht, sie zu erreichen Aber keiner geht ran Shadow Sekunde Ich erreiche Helmut auch nicht Und ich kann auch sein Handy nicht anpingen Verdammt, das ist wirklich beunruhigend Ich mache mir ernste Sorgen Helmut hat so viel für uns riskiert Sie alle haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt So kann es doch nicht enden Nicht nach allem, was sie getan haben Amy Sebastian, versuchte bitte auch noch, sie zu erreichen Na klar, machen wir Leute, sagt doch was Geht es euch gut? Keiner schreibt doch jetzt Alicia Nee, Alicia ist ja auch nicht mit drin, ne? Bitte meldet euch Caro ruft an Wir sind raus aus den Katakomben Wir sind jetzt wieder im Kino Aber hier stützt auch uns ein Fuck Nicht gut Ich bin in Gedanken bei euch Es ist nicht mehr weit, ihr schafft das Nichts sagen Es ist nicht mehr weit, ihr schafft das Ist Argus wirklich verbannt? Ben? Alter Schwede, war das knapp Eine Sekunde später und wir wären unter den Trümmern zermalmt worden Die Katakomben und das Kino sind nur noch Schutz und Asche Juna Wir haben es wirklich geschafft Ich kann es kaum glauben Betty Da sagst du was Mein Herz schlägt wie verrückt Jenny Wir haben Argus gemeinsam in die Hölle geschickt Und jetzt meldet sich auch Helmut Und damit unzählige Leben gerettet Ben Ben hat leider einige Leben genommen Tja, Argus hat sich mit den Falschen angelegt Alter, wie normal, er schreibt Jenny, wie kannst du nur so tun, als wäre alles gut, Ben Ja, genau Alles was passiert ist, ist allein deine Schuld Helmut Das, er ist echt ein bisschen Da ist irgendwas durchgebrannt, ne Irgendeine Sicherung bei ihm Dass er jetzt noch so tut Als ob es ganz normal ist Oh, Caro Strasser hat seine Waffe gezogen Alter, was? Alter Er fordert Ben auf Sich die Handschellen anzulegen Richtig so Ben gehört hinter Gitter Wie geht es dir damit? Hui hätte nicht gedacht Dass er ihn noch vor Ort und Stelle verhaftet Ja, in dem Fall ist es richtig so Ich bin mir da nicht so sicher Ben hat Sarah und Lilly ermordet Er ist schuld am Tod von Danu Mary und vielen weiteren Er hat uns jahrelang hintergangen Und damit unser aller Leben riskiert Das Gefängnis ist noch viel zu gut für diesen Bastard Ja Aber wie schon so oft auch bei Experiment Ja, der Tod ist eher Ich glaube eher Eine harmlosere Strafe Als Lebenslang hinter Gittern zu sein, oder? Ist immer Kann man viel drüber diskutieren Haben wir ein Experiment reichlich getan? Ja Erstens finde ich Sollte man nie das Recht sich rausnehmen Das Leben eines anderen Lebewesens Überhaupt das Leben irgendeines Lebewesens Zu beenden Das Recht hat einfach niemand Und ja Zweitens Der Tod wäre halt Die harmlosere Strafe irgendwie, ne? Wenn man da mal Von ausgeht Dass der Tod halt Ähm Ja Wirklich dieses endgültige Ausgegangene Licht ist Sozusagen Puh Was willst du damit sagen? Aber so lautet nun mal das Gesetz Ben wird nie wieder jemandem etwas antun können Naja Was sie damit sagen will Naja Dass er quasi auch den Tod verdient hat Oder halt Vielleicht Schlimmeres Also Qualen So, ne? Aber wichtig ist Dass er niemandem mehr etwas antun kann Das ist für uns wichtig Und natürlich für Alle anderen Was Wenn es zu einem Verfahrensfehler kommt? Oder Ben als unzurechnungsfähig Angestuft wird? Weiß ich nicht Ich habe noch das Messer Vom Ritual Oh Oh Caro Nenn mir einen guten Grund Warum Ben nicht mit seinem Leben Bezahlen sollte Ach du Scheiße So wie er anderen ihr Leben genommen hat Ich kann dir keinen Grund nennen Er hat den Tod verdient Tu es nicht Sonst bist du auch nicht besser als er Ja Auch wenn hier vielleicht wieder Einige Leute auch anders denken mögen Wie gesagt Ich finde niemand hat das Recht Das Leben Eines anderen Menschen zu nehmen Ne? Natürlich Gibt oder gab es Fälle Wo das die sicherste Möglichkeit ist Dass Die Leute nichts mehr Ja Keinen anderen Leuten Keinen anderen Menschen mehr wehtun Ne? Ähm Aber Ja Nein Also Vom Prinzip her Und es ist genau auch diese Thematik Man ist dann halt auch einfach nicht besser Es ist einfach ein Fakt Da kann jeder denken wie er möchte Aber man ist dann nicht besser Ne? Wenn man quasi Tod mit Tod bestraft sozusagen Und das Ne das geht nicht Meiner Meinung nach geht das nicht Ne? Deswegen werde ich auch Das zweite nehmen Ich weiß Wahrscheinlich Gibt es auch einige Die das erste nehmen würden Aber Ja Das nehmen wir dann vielleicht In der bösen Runde Ne? Und viele spielen es ja auch selber Was ich nur empfehlen kann Zwei Wochen später Kommen wir jetzt in Richtung Abspann Oh Melissa Oh wie schön Mich würde natürlich echt interessieren Ob Caro Ben Tötet Alter Melissa sehr cool Nochmal was freudiges Zum Abschied Hey du Bin jetzt am Bahnhof Der Zug kommt in wenigen Minuten an Äh in wenigen Minuten Kannst kaum erwarten Dich morgen endlich persönlich kennenzulernen Oh Oh nice Unser erstes richtiges Date Du hast mir trotzdem versprochen Es langsam angehen zu lassen Freue mich schon sehr auf dich Bin schon ganz aufgeregt Ich freue mich Möchte auch die Herzchen Smileys schicken Und nicht verbessert Gut Wir sind eh am Ende des Spiels angelangt Da wird jetzt auch nicht mehr so viel Das wird jetzt nicht mehr so viele Auswirkungen haben Glaube ich Und ich mich erst Schon gehört Dass Love Radar Nächsten Monat offline genommen wird Ich weiß Es gibt Leute Die können mit dieser Dating App Überhaupt nichts anfangen Boah schon 12 Uhr ne Für sie sind solche Chats Nur eine Ablenkung Vom eigentlichen Geschehen Aber ich bin so dankbar Dich hier kennengelernt zu haben Ja es ist nicht ganz unmöglich Jemanden über so eine App kennenzulernen Es ist super schwer Aber Es ist nicht komplett ausgeschlossen Ich kenne tatsächlich auch Privatleute Bei denen das Der Fall war Und wo es auch lange gehalten hat Oder Immer noch hält Heißt aber auch Wir sollten bald mal In einem normalen Messenger wechseln Das sehe ich auch so Ich bin so dankbar Dich hier kennengelernt Genau Habe ich gelesen Ich fand Love Radar Schon immer super Verstehe ich total Bin normalerweise Kein Fan von Dating Apps Ach komm Ich fand es immer super War doch eigentlich Ganz cool Immer mit Love Radar Abgesehen natürlich Von der ganzen Mordgeschichte Die App an sich Das Schreiben mit denen War eine super coole Abwechslung Aber dazu nochmal Später mehr Ich auch Wobei wir beide Vielleicht eh bald Keine Dating Apps Mehr brauchen Richtig aufregend Das fühlt sich für mich Gerade alles Wie ein neuer Lebensabschnitt an Love Radar Wird abgeschaltet Ich habe dich kennengelernt Der Argus-Mörder Wurde geschnappt Und ich hatte seit zwei Wochen Keine Schlafparalyse mehr Das klingt alles sehr schön Ich hoffe da kommt nicht noch ein Knall Zum Schluss Klingt kitschig Aber für mich fühlt es sich Wie ein kleines Happy End an Kitschige Sachen müssen aber halt Auch mal sein Der Zug fährt gerade In den Bahnhof ein Bis bald Dann in Natura Oh schön Also wir haben es am Ende Dann wohl wirklich geschafft Ähm Ja mit einer Person Ich werde es nicht direkt sagen Zusammen zu kommen Aber auf ein Date zu gehen Und es Ja Es ließ sich ja wirklich Schon stark so Und es soll wohl auch so gemeint sein Dass wir uns treffen Und es nicht dabei bleiben wird Ne Das bedeutet Wir haben es mal wieder In einem der Spiele Endlich mal wieder geschafft Mit einer Person Zusammen zu kommen Sehr sehr schön Das freut mich Bis bald Gute Fahrt Für mich fühlt es sich auch Wie ein Happy End an Bis bald Herzchen Ich möchte das Herzchen schicken Und ich frage mich Ob wir Naja gut Wir hätten auch mal Cleo zusammen kommen können Ne Je nachdem Wen wir dann halt Ja für wen wir uns Dann halt entschieden haben Das war dann wirklich Eine direkte Entscheidung Wahrscheinlich Letztendlich war die Entscheidung Dann Kommen wir mit Melissa Oder mit Cleo zusammen Auch so ein bisschen Ne Aber schon auch Eine krasse Story gewesen Ne Dass wir da eine von beiden Opfern mussten So Shadow hat glaube ich nochmal geschrieben Ne Huch Ach komm Sag mir nicht Das ist ja eine angenehme Überraschung Ja das finde ich auch cool Ach guck mal Mit einem Video sogar Ähm Bitte was Wolf Encryption Lassen sie ihre Daten Vom Alphatier sichern Wie cool Ich dachte gerade Argus kommt wieder Oder irgendwas Das Alphatier Shadow Du musst auch überall Deine Schleichwerbung Reinknallen Wolf Der Darsteller von Wolf Der taucht übrigens Wirklich sehr häufig Ähm Bei irgendwelchen Werbungen Auf So online ne Wenn du dann Hier und da mal Irgendein Produkt Oder so Dann Dann lächelt dich Da ein Wolf an Dir ist schon klar Dass die Firma Auch dein Gehalt bezahlt Kennen wir uns Hi Wolf Du bist also Shadows Boss Naja Eigentlich Kennen wir ihn Glaube ich Nicht Aber irgendwie ja doch Also wir ja Klar Aber Der Sebastian Hier in dem Spiel Kann ihn eigentlich Noch nicht so richtig kennen Egal Hi Wolf Ah Du bist also Sebastian Okay Es ist vielleicht Doch nicht Ace Shadow hat mir schon Viel von dir erzählt Du erinnerst mich sehr An Freunde von mir An die ganzen Anderen Sebastians Schön dich Kennenzulernen Ja Das finde ich auch Wolf Ich finde es super super cool Dass er hier noch auftaucht Shadow hat mich gebeten Mal etwas genauer Über diesen Ace Nachzuforschen Oh Jetzt geht es los Ich fand es schon Verwunderlich Dass sie gar nichts Über ihn finden konnte Sie steht mir eigentlich In nichts nach Shadow Wolf ist eine Hacking Legende Musst du wissen Sebastian Ja Vielleicht konnte sie auch Nichts finden Weil es Wolf Persönlich war Er hat mir vieles Beigebracht Tim Und Was haben deine Recherchen über Ace ergeben Wolf Sie bestätigen Shadows Wie meinst du das Also auch rein gar nichts So viel zu Hacking Legende Wie meinst du das Der Typ ist einfach Aufgetaucht Und dann wieder Verschwunden Du hinterlässt Im Netz eigentlich Immer Spuren Aber der Null Prozent Mittlerweile halte ich es Sogar für möglich Dass er eine KI ist Vielleicht ist es auch Ich komme auf den Namen Gerade nicht Lilith Glaube ich Von Orphans War da auch so Krass im Hacking Tim Wolf Oder es ist Tim Vielleicht suchen wir An der falschen Stelle Shadow Falsche Domain Wolf Falscher Code Tim Nein Nein nicht euer Hacker Mambo Bevor wir weitermachen Nochmal ganz kurz Wolfs Profil Ah ok hier steht nichts weiter Keine Insta und sowas Aber die meisten Da Wolf Einer der beliebtesten Wenn nicht sogar Der beliebteste Charakter Der Reality Games Spiele ist Weil er auch sehr oft Schon aufgetaucht ist Und natürlich auch Von Anfang an dabei war Ähm Und übrigens Sehr sehr interessant Ich mache ja Dann Wenn immer so Luft ist Und so Nichts aktuelles Gerade läuft Spiele ich ja aktuell sieben Ähm Und da ist Wolf Als allererstes Aufgetaucht Also wer da Das noch nicht Gesehen hat Oder selbst gespielt hat Gerne nachholen Denn es ist schon Auch interessant So die Anfänge Von Wolf Ne Mitzubekommen Sag doch einfach Was du meinst Ich glaube ich weiß Worauf du hinaus willst Nichts sagen Nicht Naja vielleicht Also es wird irgendeiner Aus der Gruppe sein Ne Ich Vielleicht Darauf Vielleicht wieder Darauf hinaus Tim Ich wusste Dass wir da Denselben Riecher haben Sebastian Vielleicht ist Ace Weder Mensch Noch KI Vielleicht ist Ace Auch ne Puppe Sondern etwas Ganz anderes Nichts von dieser Welt Argus selbst Oder was Ace ist hier Ne Oder Ace Ist Ich vergesse den Namen Immer Nein Ace ist Der Gegenspieler Von Argus Kann das sein Das könnte Das könnte passen Die andere Legende Deswegen hat Tim auch gerade Das so betont Das könnte sehr gut Passen Ähm Shadow Spricht da der Video Creator Oder glaubst du das Wirklich Tim Was macht das Denn so abwegig Wir hatten alle Mit einem Augenverschlingenden Monster zu tun Aber dass Ace Übernatürlich war Ist dann einer Zu viel Wolf Auch das können wir Wohl nicht ausschließen Helmut Vielleicht ist es Ragan Deswegen weiß er Auch so viel Über diese Uralten Äh Ne Diese Uralten Kämpfe Über diesen Uralten Kampf Helmut Ich kann Ihnen Sagen Dass auch unsere Polizeilichen Ermittlungen Zu Ace In einer Sackgasse Geendet haben Ganz anders Als bei Ben Wir entdecken Immer mehr Details Über seine Gräueltaten Oh Ich muss jetzt Zu einem Termin Schreiben Sie aber Bitte bei Neuigkeiten Zu Ace Egal ob Mensch KI Wesen Oder Osterhase Cinemombies 2.0 Oh Ja es ist schon Irgendwie traurig Dass Ben nicht dabei ist Ben war eigentlich So an sich Ja echt ganz cool Ja Abgesehen natürlich Von den Morden Amy Hey Leute Eine neue Gruppe Caro Ja dachte mir Es wird einmählich Zeit dafür Caro Betty Und Amy Sekunde Und Jenny Und Alicia Und Juna Ist auch am Start Das freut mich sehr Dass Juna jetzt Zur Hauptgruppe gehört Finde ich cool Ich hab Juna Ähm Sekunde Caro Ich komme gerade Von der Polizei Die wollten auch mal Eine Aussage Von mir Jenny Ich habe morgen Auch einen Termin Bei Kommissar Baris Auf der Wache Er wird Baris Ausgesprochen Kann das sein Oder wirklich Baris Ich Werds nie richtig Ich werd mich Immer das gleich Fragen Das hängt ganz schön An den Nerven Ähm Juna ist mit drin Das finde ich sehr cool Aufgeklärt hat Mit ihrem Diesen Verdacht Und so Ähm Und sie dann in die Gruppe gekommen ist Sie war total cool Die ganze Zeit Also ich fand sie echt Sehr sehr sympathisch Sehr angenehm Ähm Sie hat ein sehr angenehmes Also sympathisches Gesamtbild Finde ich Das hat sicher bald ein Ende Kein Wunder Die müssen eine ganze Menge Mordfälle aufrollen Aber wir wissen ja alle Nur Baris ist wahres Hahaha 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 Okay Ich glaube Ich glaube Ähm Das ist tatsächlich Eines der Highlights Der Episode So blöd es klingt Ähm Aber ich glaube Das ist der geilste Und dämlichste Spruch Schrägstrich Witz Ähm Der überhaupt Bei Argus Ja Ähm Ich wollte gerade sagen Erschienen ist Der hier bei Argus Ähm Wie sagt man es Mit eingebunden wurde Nur Baris ist wahres Also wird er auch Bahres ausgesprochen Nicht wahres Äh Nicht Bin ich schon selbst Ist ja auch schon spät Ähm Baris ausgesprochen Nicht Baris Ja wenn er Wenn man Baris spricht Müsste man glaube ich Eigentlich auch mit Doppel R Oder so schreiben Ne Voll geil Baris ist wahres Ne Einen doofen Witz Können wir jetzt aber nicht machen Das hat sicher Bald ein Ende Mhm Na komm Das hat sicher Bald ein Ende Sehr schön Voll geil Emi Glaubst du das echt Ob da noch irgendwas kommt jetzt Warte ab Bis es zur Gerichtsverhandlung kommt Die Presse schwirrt jetzt schon um den Fall Wir fliegen um ein Häufchen Betty Ich bin so froh Dass der Wahnsinn Endlich ein Ende hat Ja das stimmt Die Öffentlichkeit hat mit Ben ihren Mörder gefunden Naja Und er ist halt auch der Mörder Und außer uns wird niemals jemand erfahren Dass Argus wirklich existiert hat Was auch besser ist Hoffen wir dass Argus nie eine Möglichkeit findet Zurückzukehren Argus hat für seine Taten bezahlt Bis auf die paar Fanatiker im Netz Spricht auch niemand mehr über das Wesen Hm Interessant Der erste Satz Den werde ich auch nehmen Hoffen wir dass Argus nie eine Möglichkeit findet Zurückzukehren Könnte vielleicht eine leichte Andeutung auf Ja Ein Argus 2 sein Oder dass er irgendwo in einem der Spiele wieder auftaucht Vielleicht gibt es ja auch ein Spiel Wo es eine neue Legende gibt Huch Eine Datei wurde erfolgreich wieder hergestellt Ähm Ne Neue Sarah Datei Hier unten rechts ne Oh Ich drücke mal auf Play Hi Sarah in der Zukunft Ich habe jetzt schon mehrere Aufnahmen gemacht Und ich kam mir ehrlich gesagt sehr albern vor Was ich eigentlich sagen möchte Auch wenn gerade alles ziemlich aussichtslos wirkt Und dunkel An einem Tag wird der Himmel aufbrechen Und es wird wieder Licht durch das Fenster scheinen Du hast so viele Menschen Die dich unterstützen Und die für dich da sind Und das ist das was du schätzen solltest Ich meine sie mich an Hat doch in der Vergangenheit auch schon geklappt Also Alles wird gut Danke für deine Hilfe Wir sehen uns in der Zukunft Jetzt habe ich Gänsehaut Alter damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet Boah das war ein Gänsehaut Moment Dieses Danke für deine Hilfe Boah das war ja mal richtig cool gerade Oh wie schön Finde ich total cool Dass Sarah auch nochmal Also vor allem auch die Darstellerin Nochmal ein Video machen konnte Für Episode 5 Und Nochmal so ein schönes Aufmunterndes Video für alle Das kommt im richtigen Moment Das kommt wirklich im richtigen Moment Alter aber dieses Hi Sarah in der Zukunft Tschüss Ich meine sie mich an Hat doch in der Vergangenheit auch schon geklappt Also Alles wird gut Danke für deine Hilfe Wir sehen uns in der Zukunft Boah wie krass Das war richtig cool jetzt Und natürlich können wir es in die Gruppe leiten Gerade wurde eine Datei in Sarahs Profil wiederhergestellt Schöner Abschluss Wirklich schöner Abschluss Amy Sarah Ich weiß nicht Ob sich ihr Tod jemals weniger schmerzhaft anfühlen wird Aber wir haben ihren Mörder gefunden Und ich weiß Sie wäre stolz auf uns Und das nur dank deiner Hilfe Sebastian Das haben wir alle gemeinsam gemacht Ein Video von Jenny Die alten Videos von Sarah zu sehen Schmerzt immer noch Ich vermisse sie so sehr Aber sie hat endlich Gerechtigkeit gefunden So ist es Und uns wurde gerade Ja gezeigt Dass Also jetzt zumindest hier in diesem In dem Argus Universum Dass Naja sie hat eine Nachricht Aus dem Jenseits quasi geschickt Gerade In ihrem Video Aber ich glaube Das haben nur wir gesehen Oder Das haben die anderen aus der Gruppe nicht gesehen Das danke für deine Hilfe Nur gemeinsam konnten wir einen Serienmörder stoppen Und Argus vernichten Ich bin so froh Dass ich helfen konnte Ich wünschte Ich hätte Sarah zu Lebzeiten kennengelernt Ja Das wünschte ich wirklich Das wäre richtig richtig cool gewesen Ähm Nochmal an dieser Stelle Ein Wink Richtung Entwickler Es spricht ja vielleicht auch nicht mal was dagegen Ja was heißt vielleicht Also es spricht glaube ich auch Glaube ich vielleicht ja Eigentlich fehlt jetzt auch noch Es spricht nichts dagegen Dass man die gute Darstellerin der Sarah Doch in einem Für ein kommendes Spiel Für ein kommendes Spiel Was nach Argus dann Sehr wahrscheinlich kommen wird Ähm Einplanen könnte Oder halt ein Spiel Als nächstes Müsste ja dein Experiment Glaube ich fertig werden Ja Oder nach Experiment Das Spiel Ne Sarah kann ja Also die Darstellerin Kann ja durchaus auch wieder Äh In einem Spiel Vertreten sein Als Charakter Als neue Figur Ich glaube Das würde Einige Würden einige Spieler Oder sehr viele Spieler Sehr sehr gut finden Und ich schließe mich da Definitiv mit ein Denn ich mag die Darstellerin Von Sarah sehr Und sie hat die Videos auch immer Also sie hat die auch echt gut gemacht Finde ich Ja Aber ich nehme das erste Weil nämlich nicht nur wir geholfen haben Sondern wir haben alle unseren Teil dazu beigetragen Caro Ich dachte zwischenzeitlich Wir würden es nicht schaffen Ja Aber letztendlich hat das Gute gesiegt Und wir konnten unsere Freunde rächen Alicia Hey Leute Sorry hatte mein Handy auf stumm Lasst uns bitte endlich nach vorne blicken Die letzten Wochen waren hart genug Ja Übrigens Ich habe mal ein bisschen das Netz durchstöbert Es gibt noch weitere urbane Legenden Die angeblich in der Gegend gesichtet wurden Ja Ein Spiegel Der dich in den Wahnsinn treibt Und dich dazu bringt Dein Gesicht aufzukratzen Ähm Ein moderner Slenderman Der seine Taten live streamt Oder auch eine Spinnenfrau Die in den Wäldern ihr Unwesen treiben soll Ja Oh ich finde das richtig cool Bitte Wir brauchen Specials oder sowas Zu Legenden Zu weiteren Legenden Das hat so viel Potential eigentlich Was meint ihr Welcher davon sollen wir uns als nächstes anschauen Du bist der Knaller Dein Ernst Klingt alles komplett erfunden Ich glaube wir haben alle genug davon Nö Ich würde die gerne irgendwie Kommt du bist der Knaller Na Ich dachte wir können verbessern Wieso Betty Nicht böse gemeint Aber ich habe erstmal genug von Horror Stories Wir haben überlebt Und das ist ein Wunder Das stimmt Diese Erfahrung hat uns alle noch enger zusammengeschweißt Wir haben enge Freunde verloren Aber auch neue gefunden Ich bin unendlich dankbar für diese zweite Chance Ja Ja Ace Ja ähm Das stimmt Das stimmt Direkt konfrontieren Direkt konfrontieren Oh Oder 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 Ich bin unendlich dankbar für die zweite Chance Ich bin unendlich dankbar für die zweite Chance Ich bin unendlich dankbar für die zweite Chance Danke für deine Hilfe Ja Menschen sind nicht von Hass und Ignoranz getrieben Ihr besitzt auch Mut, Mitgefühl und die Fähigkeit euch zu verändern Diese Qualitäten machen euch stärker als Argus je verstehen Es ist Ragan Abspann Ich bin unendlich dankbar für die zweite Chance 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 Carsten Hallo Carsten Jawohl Leider Aber Ich bin unendlich dankbar für die zweite Chance 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 Oh, stimmt, Tim Ähm, der hat sich hier noch gar nicht gemeldet So kann ich ihn zu meinem persönlichen Diener machen Und mir ein paar Späße erlauben Tim, Charlie ist mein Herr und Meister Ich erfülle ihm jeden Wunsch. Charlie, das ist nicht okay. Kann er auch mein Diener sein? Geht das, Tim? Kannst du mein Diener sein, Charlie? Klaro. Es ist aber der Hammer, wie Charlie immer da schreibt, so ganz normal. Ich liebe das. Schau mal, das habe ich heute Morgen mit ihm gemacht. Ich drücke Play. Schön. Das ist ein Glumann da oben drauf. Was ist denn mit dem passiert? Okay, zugegeben, ein bisschen witzig ist es schon. Charlie, das ist wirklich, wirklich nicht in Ordnung. Doch, ein bisschen witzig ist es schon. Ja, sag ich doch. Charlie ist so cool. Und keine Sorge. Irgendwann gebe ich ihm schon seine Erinnerung zurück. Irgendwann. Vielleicht. Eventuell. Ich bin hier jetzt auch erst mal was essen. Kassen hat gekocht. Mh. Mache gut. Mh. Oh. Ähm. Wie cool. Oh Mann. Oh. Shit. Ich habe ein Riesenproblem. Vielleicht bin ich in ein paar Tagen schon tot. Aber du kannst mir helfen. Ich brauche dich. Okay? Ähm. Argus. The Shadow Files. Eine exklusive Bonus-Episode. Hier in der Argus-App. Coming very soon. Argus. The Shadow Files. Shadow ist in eine unglaublich bedrohliche Lage gekommen. Und nur du kannst ihr helfen. Welche bösen Mächte bedrohen sie? Und wie haltet ihr diese auf? Erfahre alles in Argus. The Shadow Files. Eine Bonus-Episode. Die du hier in der Argus-App finden wirst. Coming very soon. Das bedeutet. Also nicht nur soon. Sondern auch very soon. Ich switche mal durch die Codes nochmal kurz. Circus, hast du Angst vor Clowns? Ähm. Ne. Wer mag, kann den gerne nutzen. Experiment. Offense. Healing. Sign. Und wow. Wo bin ich denn? Oh. Ja. Okay. Ja, Leute. Es ist krass. Wir haben es geschafft. Und es ist immer wieder schade. Es ist immer, immer, immer wieder schade, wenn ein Spiel zu Ende geht. Aber ich habe natürlich noch ein bisschen Fazit, was ich noch machen kann. Ähm. Ich weiß nicht, ob das so mega lang, wie zum Beispiel nach Healing jetzt wird oder so. Ähm. Aber ein bisschen Fazit wird es, ja, noch geben. Für euch wird es jetzt gleich im Anschluss kommen. Für mich wird das morgen kommen. Für mich persönlich heißt es aber auch, hey, ich kann das Finale Montagabend hochladen. Und, ja, nice. Und was ich richtig, 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 richtig cool finde, ähm, ist tatsächlich, dass, dass, ähm, dass, äh, eine Bonus-Episode von Shadow kommt. Finde ich eine richtig geile Idee. Shadow ist tatsächlich, also ich müsste jetzt mal alle so ein bisschen durchgehen, ne. Aber Shadow gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingscharakteren. Ähm. Ist eventuell sogar mein absoluter Lieblingscharakter. Ähm. Also ich sag mal von den, ach, von den normalen Leuten, ne. Ansonsten ist es natürlich Charlie, so von den Bösewichten, Puppen, Mördern, was auch immer, äh, Wesen, ne. Ähm. Charly ist unschlagbar. Damit haben sie natürlich richtig einen gerissenen und richtigen Fang gemacht seit Healing. Und ich finde es so geil, dass er halt so ein bisschen so dieses Maskottchen geworden ist. Total cool. Und, ähm, ja. Und Shadow finde ich persönlich einfach auch richtig, richtig cool. Ich mag den Charakter sehr. Und ich mag tatsächlich auch die Darstellerin sehr. Ja, von daher, ähm, freue ich mich sehr, dass eine Bonus-Episode kommt. Vielleicht kommt die ja sogar irgendwie diese Woche oder so, wenn es heißt Very Soon. Ähm. Das bedeutet ja vielleicht, ne, dass erstmal alle das Finale spielen sollen. Vielleicht geben die Entwickler einfach auch eine Woche Zeit, so ungefähr. Hauen das Ding in den Store schon mal. Ähm. Vielleicht jetzt ab morgen oder so, also ab Montag in den Store. Und, ja, wir können sehr gespannt sein, denke ich mal. Das wird bestimmt nochmal eine coole Episode. Das bedeutet für alle Zuschauer, wir werden uns ein weiteres Mal, nochmal ein weiteres Mal bei Argus wiedersehen. Und, ja, freut mich natürlich sehr. Und, ja, ich werde jetzt nicht zu viel labern, denn das kommt jetzt gleich quasi so ein bisschen Fazit. Zumindest so gut ich kann. Das ist ja auch oft immer so ein bisschen einfach freischnauze, ne. Ist jetzt nicht so, dass ich mit tausend Notizen oder so mache. Ist viel freischnauze. Ähm. Ja, das würde ich jetzt gleich in Anschluss dranhängen. Aber eigentlich erst Montag machen, denn es ist jetzt Montag 0.40 Uhr. Ich muss gleich mal langsam pennen gehen. Ja. Aber ich finde es trotzdem schade, dass ein Spiel zu Ende gegangen ist. Aber es werden ja neue kommen. Und so viel möchte ich noch sagen. Es gab ja bereits eine Andeutung vom guten Tim. In Experiment war das, dass sie eine neue Idee haben. Ein, vielleicht ist auch schon längst was in Entwicklung, ne. Man darf ja auch immer nicht vergessen, ähm, ab dem Punkt, wo man das Video dann sieht, ist ja schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, ne. Das Video ist ja dann ein paar Wochen vorher höchstwahrscheinlich irgendwie erst, also schon entstanden, ne. Oder Tage, Wochen. Ja, und da wird bestimmt noch ein neues kommen von Tim und Daniel, da können wir uns sicher sein. Die, äh, haben ja so viele Ideen alle. Und, ja, Experiment ist ja Carsten, sind ja Carsten und Kai, ne. Und Circus sind Janine und Marvin, ne. Ja. Aber, ja, ich denke mal, so viel können wir auch schon mal sagen. Äh, es wird wahrscheinlich als nächstes dann Experiment kommen. Episode 3, wo ich persönlich natürlich am meisten gespannt drauf bin, weil Experiment einfach mein Favorit ist. Mittlerweile The Healing getoppt hat. Alleine nach dieser grandiosen zweiten Episode, die wirklich richtig, richtig gut war. Und, ähm, das nochmal zu steigern ist die Herausforderung. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Und ich finde es nach wie vor ein bisschen schade, dass da, dass es da immer noch Leute gibt, die das noch nicht so komplett, die da noch nicht so richtig reinfinden. Ähm, viele geben auch, glaube ich, zu schnell auf. Und, ja. Ich meine, spätestens in Episode 2 merkt man ja wieder dieses typische Reality-Games, ne, Ding. Und viele haben sich ja auch eigentlich gewünscht, mal was anderes. Und Experiment ist halt mal was anderes. Und, ja. Jetzt will ich mal ein bisschen Werbung für Experiment machen. Circus bin ich natürlich auch hoch. Oh, mein Akku, ne. Circus bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf. 5% noch. Naja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ne, ähm, wie immer. Vielen, vielen Dank. Oh, 5%, 5%. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und für alle, die neu dazugestoßen sind, da auch vielen Dank. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Vielen Dank fürs fleißige Kommentieren. Einiges habe ich ja zwischendurch schon gebrabbelt. Sorry, dass ich manchmal ein bisschen abschweife. Aber es ist einfach meine Art. Und ich bin ja, wie schon oft erwähnt, auch nicht der einzige Let's Player. Es gibt tatsächlich auch einige, die es, ja, mehr oder weniger einfach nur stumpf durchspielen. So. Oder man kann es halt, wie gesagt, auch immer noch selber spielen. So. Und dann würde ich einfach nochmal sagen, ne, wir switchen gleich um. Vielen, vielen Dank, wem es gefällt, ne, lasst gerne, wie immer, äh, Likes da, Kommentare. Und wer es noch nicht getan hat, ein Abo mit aktivierter Glocke, damit ihr zukünftige Videos nicht verpasst. Und wer mag, kann mir natürlich auch auf Instagram schreiben. Kanal steht unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sage ich Ihnen hier nochmal, Sebastian, yo, zwei. In diesem Sinne, bis gleich zum Fazit. Und da wären wir, Argus ist erfolgreich beendet. Und, ja, es gibt, wie immer, noch ein paar Dinge dazu zu sagen. Ähm, wie ihr es ja von mir, ja, auch gewohnt seid. Diesmal vielleicht nicht ganz so viel wie bei Experiment und vor allem bei The Healing. Ähm, auch so ein bisschen in einer etwas entspannteren Position, wie man sieht. Ähm, ja, also ich fand das Ende richtig, richtig cool. Und zwar deswegen, weil wir so ein bisschen einen Hoffnungsschimmer, also von zwei Parteien bekommen haben. Das war halt echt ein bisschen, das war ganz cool, muss ich sagen. Und zwar hatten wir ja die Geschichte mit Ace, ne. Ganz, ganz kurz vor Schluss haben wir es dann erraten können, wer es dann ist. Wir haben aber auch einen deutlichen Hinweis bekommen. Einmal von Ace selbst und, ähm, dann auch von Tim so ein bisschen, ne. Dann konnten wir es dann doch irgendwie erraten. Und, ähm, natürlich das Video von Ace, das war halt dann der Hammer. Das, ne, mit den schönen Landschaften, mit den, das war schon richtig cool. Ähm, einfach so ein, wie soll man sagen, also so ein, so ein, ja, da hat einem einfach ein gutes Gefühl gegeben. So, irgendwie so ein positives, ne. Dann, man kann es nicht, also man kann es nicht wirklich anders, glaube ich, beschreiben. Und, ähm, natürlich das letzte Video von Sarah, das hat mich sehr überrascht, dass da nochmal was kam. Und, ähm, auch sie hat wirklich hoffnungs-, wie sagt man das, also so positive Sätze quasi von sich gegeben. Und, ja, und natürlich dieses, was dann eingeblendet wurde, ne, danke für deine Hilfe oder sowas, das war richtig, richtig cool. Damit, ich weiß nicht, ob damit überhaupt irgendjemand gerechnet hat. Ja. Womit auch wenig gerechnet haben, ist der Täter, ne, dass es tatsächlich dann, ähm, Ben war. Und, ich hab persönlich auch nicht mit gerechnet. Ihr kanntet meine Theorie oder die aufmerksamen Zuschauer, die kannten meine Theorie. Nämlich, dass ich dachte, es ist Amy. Und, ähm, dass es dann doch ein Mann ist, hätte ich gar nicht gedacht, weil, wie schon erwähnt in diesem Video, bei dem, ähm, Nico, Rico, Nico, glaube ich, bei dem Nico, ähm, sah die Person für mich echt nicht irgendwie nach einem größeren, stämmigen Kerl aus. Ich müsste es mir nochmal angucken, aber das ist so meine Erinnerung, die ich daran hab. Und, ähm, ja, irgendwie hätte Amy sehr gut gepasst, finde ich. Einfach auch, weil sie dann ihre eigene Entführung hätte vortäuschen können. Ja, ja. Dann war es Ben, der aber auch hier und da auffällig war. Ähm, einmal, weil er so viel Smalltalk mit uns gehalten hat, das hat er ja selber dann geschrieben. Und weil, weil, ähm, ja, er, wie erwähnt, halt auch sehr oft, ähm, ja, auffällig, unauffällig war, quasi, ne. Das ist halt auch so ein Punkt, finde ich. Und, ja, das Motiv, finde ich, von allen Spielen von Reality Games tatsächlich, ja, somit das am wenigsten Nachvollziehbare, ne, wenn man das so formulieren kann. Und, ähm, was aber vielleicht einfach bewusst so gemacht ist, weil es halt sagen soll, ja, er hat halt irgendwie, ähm, einen Knacks weg, so, ne. Das ist halt die Sorte Killer, die halt einfach ein heftiges Trauma hatten, ihre eigene Welt erschaffen haben, ihre eigenen Gründe, ähm, die für uns halt nicht nachvollziehbar sind, ne. Also, ja, soviel dazu. Und überrascht hat's mich dann auch ein bisschen natürlich, was auch sehr cool war, dass Wolf nochmal kurz, ähm, erschienen ist. Ist immer komisch, sich zu sehen, so. Ähm, dass Wolf erschienen ist, das war nochmal sehr, sehr cool. Und natürlich, dass wir noch eine Bonus-Story kriegen von Shadow, wie schon erwähnt. Ähm, ja, tatsächlich mein Lieblingscharakter, ähm, von den Normalos, ne. Von den Bösewichten ist es Charlie, beziehungsweise auch J.K. Knight. Ja, ich hab mir so ein paar Notizen gemacht, ne. Ähm, ja, die allgemeine Story, ne, wie das Ganze aufgebaut war. Also, erstmal hatten wir, darf man nicht vergessen, das aller, allererste Mal die neue Oberfläche, ne. Ähm, sprich dieses, ja, diese, 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 dieses Smartphone, ne. Das hatten wir so das erste Mal. Und mit diesen Apps quasi, mit dieser Übersicht, wo wir dann unsere Hintergrundbilder und so ändern konnten, ne. Wir hatten auch das erste Mal, glaube ich, via IP. Da haben wir einige mitgenommen. Aber ich werde das jetzt demnächst natürlich auch wieder mal rausnehmen. Liefer jetzt über ein Jahr, glaube ich, ne. Äh, waren ein paar coole Sachen bei, definitiv. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt, kann man im Nachhinein sagen. Ähm, ja, es hat nicht immer, immer gut funktioniert. Also, es war manchmal ein bisschen buggy, aber das ist nicht so schlimm gewesen. Ja, auf jeden Fall, was direkt dann aufgefallen ist, war halt die neue Oberfläche. Und, ähm, aber ich hab nicht gesehen. Ähm, egal. War die neue Oberfläche. Und, dass wir eine Dating-App hatten, ne. Das war halt super, super cool. Fand ich eine richtig geile Idee. Auch, dass der Täter damit dann natürlich zu tun hat. Und, ja. Was ich persönlich bemängeln könnte, ist tatsächlich, dass, dass so ein bisschen unterge... Also, so ein paar Chats sind halt untergegangen. Beziehungsweise ein paar Chats, da hattest du das Gefühl, dass die so ein bisschen, ähm, ja, so eine Art Lückenfüller waren, sag ich mal, ne. Ähm, wir erinnern uns alle an meinen ersten Quash, ne, Jasmin. Ähm, ich glaub, die hatten wir nur in Episode 2, ne. Äh, in 1. Und seitdem hab ich halt drauf gewartet, dass irgendwas kommt von ihr. Und kam leider nichts mehr. Ähm, irgendwann ist es dann, ist der Fokus dann auf Melissa und auf Cleo gegangen. Wir, wir wissen warum, ne. Weil wir ja dann am Ende so eine krasse Entscheidung hatten. Und in der zweiten Runde werden wir natürlich dann, ähm, Melissa opfern. Sorry, jetzt schon mal. Ja, ähm, die Idee fand ich richtig cool. Man hätte ein bisschen mehr daraus machen können. Und bringt mich wieder zu dieser Thematik, dass ich es echt mal cool finden würde. Wenn man so eine, ja, so ein Flirt-Game à la, ähm, Love Sparks bekommen würde. Vielleicht nicht ganz so pervers, aber man kann halt viel machen, ne. Man kann, also das so halt, wie so eine Dating-App und dann kannst du halt swipen, wie in echten Dating-Apps. Und hast dann deine Matches und kannst dann mit denen schreiben. Aber jede Person hat halt eine eigene Geschichte. Und das ist halt richtig cool daran, finde ich. Da kann man richtig viel daraus machen, viel mitmachen. Und da könnte man ja auch so kleine Horror-Stories immer einbauen, ne. Ähm, da kann man echt kreativ sein, glaube ich. Und, ja, also ich glaube allgemein, man hätte mit dem Love-Radar noch mehr machen können. Ähm, man hätte noch mehr Chats oder intensivere, hoch, ach, ich gebe eine Nachricht. Ähm, Entschuldigung. Ähm, intensivere Chats haben können. Solche Schichten, ne. Ähm, wir halt eine größere Auswahl haben können, wie man dann vielleicht am Ende dann zusammenkommt, ne. Ähm, es wirkt so, als ob es vielleicht dann nur Cleo oder halt Melissa in dem Fall ist. Und die Möglichkeit mit einem der Charaktere aus der Gruppe zusammenzukommen, gibt es, glaube ich, nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es mit dem, ähm, Beziehungsstatus, ne. Weiß ich auch nicht so richtig, inwieweit der wieder Auswirkungen hatte oder nicht. Wir hatten ihn da auf jeden Fall, aber Experiment haben wir ihn nicht in der Form. Ich glaube, bei Circus haben wir sie wieder. Ähm, Circus und Experiment übernehmen übrigens die Oberfläche von Argus, ne. Ja, also Dating-App kann man durchaus nochmal nutzen. Ähm, aber vielleicht ein bisschen krasser, intensiver, ne. Könnte man echt viel draus machen, war aber trotzdem echt eine coole Sache, ne. Nicht falsch verstehen, war auf jeden Fall ganz cool. Ähm, hab ich schon erwähnt, dass ich mir Notizen gemacht hab, ja. Ähm, die Story sehe ich ähnlich. Also die Hauptstory, die normale, ähm, wie lässt es sich beschreiben? Naja, prinzipiell, ähm, geht's ja um Legenden, ne. Um, wie der Name schon sagt, urbane Legenden. Und ich finde, auch da hätte man noch ein bisschen mehr mitmachen können. Also ein bisschen das Potenzial ausnutzen können, ne. Ähm, es hat einen guten Anfang genommen, ne. Mit, ähm, dass wir dann Tim dabei hatten, was ich super, super, super cool fand. Dass Tim wieder, ähm, als Charakter im Spiel dabei war. Und auch als, sogar als Tim, nur dass er halt einen YouTube-Kanal hat und nicht Autor war in dem Fall. Und da hätte man voll viel noch machen können. Also mehr hinter den Legenden-Videos von Tim. Ähm. Ähm, weil allgemein mehr Legenden-Stories. Vielleicht auch von anderen Legenden, nicht nur diese urbanen oder so. Ähm. Aber wer weiß, äh, wir kriegen ja eine Bonus-Episode. Wer weiß, ob wir da eine neue Legende kennenlernen werden. Ähm, und man weiß ja auch nicht, ob vielleicht irgendwann ein, ähm, zweiter Teil kommen wird oder sowas. Ähm. Oder halt ein neues Spiel mit einer neuen Legende einfach, ne. Mit einer neuen großen Legende. Prinzipiell finde ich, äh, die Thematik cool. Weil es halt nicht nur Psycho-Horror ist. Ähm. Es ist so eine Mischung. Man kann halt so mehreres draus machen, ne. Ähm. So dieses Mystische, ne. Dieses Wesen, ähm, diese Gottheit oder was auch immer. Oder halt die gruselige Frau-Legende oder diesen gruseligen Raum, das wir hatten. Wir hatten ja so ein paar. Ähm. Ja, kann man halt viel mitmachen. Und man kann es halt verbinden. Also du kannst es halt in dieses Mystische einfach nur, einfach nur mystischen lassen. Du kannst aber auch ein bisschen Horror mit reinbauen. Was in dem Fall ja bei Argus passiert ist, ne. Wir haben ja oft so Jumpscares bekommen und sowas. Ähm. Wartet mal. Ich muss mich mal trotzdem doch nochmal ganz kurz anders hinsetzen. Ähm. Wir haben ja so Jumpscares bekommen. Teilweise hatten diese auch in sich. Jumpscares bekommen. Ähm. Und was halt wirklich positiv aufgefallen ist, dass wir halt viele kleine hatten, ne, kleine Memos, kleine Videos, man erinnert sich nur an diesen Sturm oder sowas, das fand ich richtig cool, manchmal macht das halt schon viel aus, ne, wenn du einfach so eine kleine Memo kriegst, die auch nur 10 Sekunden oder so ist, anstatt einen Text aber. War auf jeden Fall stark auffällig, also wir haben viele Medien gekriegt, ein paar Jumpscares hatten es in sich, ich sag nur Wet Room, ein paar waren immer so zwischendurch, ich erinnere an diesen einen, wo ich mal die Sirene nachgemacht hab, ne, der ist halt auch mit voller Lautstärke, ist jetzt nicht so krass gewesen, weil der doch recht leise war, aber dafür gab es auch andere. Allgemein Medien, richtig, richtig cool. Was ich auch richtig geil fand, war, ähm, diese super lange, krasse Referenz zu, ähm, Orphans, und zwar mit Westbrook, ne, dieser Brok, Westbrook. Fand ich mega geil, weil das auch so lang war, ne, das war so super lang, ähm, und, ja, so Kleinigkeiten, ne, kleine Details, zum Beispiel so ein Zoom-Chat fand ich auch geil, die, ähm, die Geschichten mit, ähm, Fontane, ne, diese Gruselmomente, also es war halt kein Jumpscare, das war, glaub ich, Nikita, der einen sogar, ähm, wo sie so komisch guckt, das war richtig geil, ähm, und auch bei diesem Zoom-Call, wo dann das Bild so einfriert, ne, ähm, solche Dinger waren cool, wo die Gesichter der Leute sich auf einmal alle verändert haben, die dann quasi von Argus besessen waren, und so, ne, ähm, ja, so viel bleibt gar nicht mehr, also wir haben noch die Charaktere, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gelungen, sehr passend, also, die, die Charaktere haben, die Darsteller haben gut zu den Charakteren gepasst, definitiv, und, ähm, ähm, bei, also eigentlich bei allen, würde ich es mir auf jeden Fall wünschen, ihn nochmal wiedersehen zu können, ne, ähm, den guten Luis, den haben wir ja mittlerweile jetzt wieder im Circus of Death, ähm, was mich persönlich sehr freut, dass er da noch eine, noch eine Chance, äh, bekommt, eine Möglichkeit, weil er ja wirklich einen kurzen Auftritt auch hatte, ne, und, ähm, das finde ich super cool, ich finde es auch cool, wenn mal die Sarah nochmal wieder sehen würden, definitiv, und, ähm, ja, eigentlich alle, ne, eigentlich würde ich mich über alle freuen, und, ja, Charaktere auf jeden Fall richtig cool, ähm, auch so die unterschiedlichen, ne, wir hatten hier Lily und Alicia, die Schwestern, Jenny, die so ein bisschen, schwer zu beschreiben, Jenny, ne, sehr emotional war sie, glaube ich, Caro, die hier und da, ist auch schwer einzuschätzen, ähm, war immer mit von der Partie, ganz gut mit von der Partie, wenn es um irgendwelche Sachen, Tätigkeiten, wenn der lockere, coole Typ, ähm, das heißt, wir überlegen, wen haben wir denn jetzt noch gehabt, ähm, wir natürlich, Sarah, ähm, Betty hatten wir noch, auch sehr, sehr cool, ähm, hat auch super gepasst, dieses, intelligente, sag ich mal, dann natürlich Tim, Strasser, Fontane, so, ich sag mal, die Personen, die nicht in der Hauptgruppe waren, ähm, die vom Love Radar sowieso, meine Favorites, ähm, ja, wir haben es ja geschafft, Melissa zu daten, Shadow haben wir leider nicht geschafft, vielleicht kriegen wir es ja irgendwann nochmal hin, ähm, ja, auf jeden Fall mega, mega geil, im Großen und Ganzen super coole, super cooles Spiel, ähm, womit viele Schwierigkeiten hatten, vor allem am Anfang waren, ja, wie es oft so ist, die Minigames, ne, ähm, hatten viele Probleme, waren nur total schwer und dann haben sie, ja, war schnell vereinfacht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, ja, und, ähm, viele hatten Schwierigkeiten mit der Geschichte, ähm, hatte ich persönlich auch, weil es zu viele Stränge dann irgendwie, ne, es war halt ein bisschen viel hin und her mit Love Radar und der Gruppe und dann die andere Gruppe und dann hattest du nochmal eine Gruppe mit dem, ähm, Nico dann die Gruppe, ja, ich hab's dann ja nochmal vor Episode 5 nochmal neu gespielt und, muss sagen, dann ist man aber ganz gut reingekommen, ne, ich überlege immer so nebenbei, ob ich noch ein paar Charaktere vergessen habe, sorry, falls ich da irgendwie ihn jetzt, ne, ähm, wir hatten ja zum Beispiel auch noch die in der Gruppe, ähm, wo diese kleine Story, wo die uns verarscht hatten, ähm, dann ist es auch zwei, zwei Mädels und ein, ein Kerl, ich komme nicht auf die Namen gerade, es ist immer Selina, glaube ich, ja, da hört es auch auf gerade, man hat halt auch mit vielen Namen zu tun, ne, ähm, das war auch ganz cool, aber es war halt noch mal eine weitere Gruppe, und, ja, also es war schon ein bisschen verworren und man musste wirklich nochmal reinkommen und sich wirklich drauf fokussieren, das musste man auf jeden Fall, aber ich finde, es ist machbar gewesen und die Auflösungen haben es auch gut hinbekommen und ich bin gespannt, ob wir Argus nochmal wiedersehen werden, kann man natürlich nicht ausschließen, ne, Potenzial hat es auf jeden Fall, ähm, ja, was haben wir noch, Rätsel, ne, Rätsel, hatten wir ein paar, ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Smartphone-Pin, den wir da gefunden haben, fand ich, fand ich, ähm, letztendlich war das Rätsel cool, weil es gar nicht so schwer war, ich war nur, ich war nur zu dumm, tatsächlich, oder ich hab zu kompliziert gedacht, ähm, war wieder die Sorte Rätsel, die eigentlich alle gut machbar waren, ne, klar, wir hatten auch wieder ein Rätselroher googeln mussten, ähm, ne, ich weiß nicht, ob das jemand alles auf Anhieb gewusst hat, mit diesem, diesen Film, ne, oder halt das lateinische Wort da am Ende, ähm, klar, der ein oder andere wird das gewusst haben, aber, viele werden es gegoogelt haben, aber das kann man ja ruhig machen, ich würde interessieren, was passiert, wenn wir dann das falsche Wort nehmen, natürlich, ist dann wieder was für die böse Runde, und, ähm, ich überlege mal so ein bisschen, was hatte man noch, Autoren-Chats fand ich richtig, richtig, richtig cool alle, tatsächlich alle, vor allem, natürlich, dass Charlie immer, ähm, war der immer dabei, weiß nicht, auf jeden Fall war der oft mit im Chat drin, einfach als normaler Typ, sozusagen, Hans war auch dabei, richtig cool, ähm, Rätsel hatten wir noch, das mit dem Tresor, ähm, das war, eines der gemeinsten Rätsel, muss ich sagen, eines der fiesesten Rätsel, es war nicht schwer, ne, ähm, als ich es nochmal gespielt habe, habe ich es auch geschafft, und zwar, ähm, war wirklich das Problem, diese Rechenaufgabe, die Karte war richtig, ne, es ging um Gerechtigkeit, und da war eine Karte, und so ein Engel, der hat halt so, ja, so eine Waage oder so, halt so Gleichgewicht oder so, ne, und, ähm, das Problem war dieses, dieses, ähm, Mathe-Rätsel davor, dass man da nicht auf Punkt vor Strich, ne, das war, ja, das Problem war, dass du halt nur eine Möglichkeit hattest, und du wusstest das vorher nicht, das ist erfahren, als du es dann verkackt hast, quasi, dann, ja, aber das hat auch ein bisschen Reiz natürlich ausgemacht, ne, und, ja, was kann man noch sagen? Weiß ich gerade nicht, ich gucke ja auch immer so nach Verbesserungsvorschlägen oder so, aber das, ähm, teile ich ja auch oft immer so nebenbei mit, ne, ähm, was nach wie vor, was ich halt cool finden würde, ist, wenn man, ähm, einzelne Episoden wiederholen kann, ähnlich wie, ja, zum Beispiel bei Life is Strange, ich glaube, da ging das, ähm, oder vielleicht einzelne Abschnitte sogar von den Episoden, und wenn's von den, ähm, wesentlichen Entscheidungen, wenn man da sowas hätte, wie, ähm, so ein Anteil, ne, wie viele Spiele haben sich dafür entschieden, wie viele dafür, ne, wie viel haben, bei wie vielen Leuten ist Betty gestorben, bei wie vielen hat sie überlebt oder sowas, ne, ähm, ähnlich wie am Experiment, ganz, ganz, ganz am Anfang, wo wir diese sechs, ich glaube, sechs Fragen bekommen haben, da stand ja dann auch immer, ne, wer hat sich, wie viel Prozent haben sich für welche Antwort entschieden, ähm, find ich cool, natürlich wieder mehr Flirts, mehr Möglichkeiten mit Charakteren zusammenzukommen, also ne, ne, Bindung quasi aufzubauen, ne, mehr Möglichkeiten, aber das wird's, ähm, Reality Games bestimmt auch irgendwie auf dem Schirm haben, es ist halt nur nicht so leicht umzusetzen, kann ich mir vorstellen, und, ähm, ja, hm, ich beobachte mich selber und das ist komisch, ja, ähm, ich wollte's auch zuerst draußen irgendwie machen, aber, ja, war dann schwierig, ich war für ihn kurz draußen, da war zu viel los, da hatte ich mich doof gefühlt, wenn ich dann hatte ich jetzt, ach, scheiß drauf, machst du jetzt einfach hier so, wenn du am Gammeln bist, ne, ist doch egal, und, ähm, jo, ich glaub, da ist so das meiste gesagt, natürlich können wir jetzt sehr gespannt sein, was als nächstes kommt, ne, wir hatten ja, haben ja mittlerweile drei Spiele am Laufen, ähm, Argus, Circus und Experiment, Argus ist jetzt durch, man kann davon ausgehen, dass da auch was Neues kommen wird, Tim hat da was angedeutet, im Experiment, da gab's ein kurzes Video von ihm, und vielleicht gibt's auch bald einen Darstelleraufruf, wieder, dann kann man sich, glaub ich, recht sicher sein, dass da was Neues kommt, und, ähm, mhm, 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 jetzt muss ich überlegen, ja, ich denke, das nächste, was kommen wird, ist auf jeden Fall, Episode 3, hatte ich, glaub ich, auch am Ende von, von der letzten Folge jetzt gesagt, ne, das letzte, was kommen wird, äh, nächste, weil, nächste ist, Episode 3 vom Experiment, weil, weil, die, mittlerweile bei 50% ist, ich glaub, Circus ist bei 25, da hakt es, glaub ich, so ein bisschen, ähm, muss man denen aber auch nachsehen, es sind halt komplett neue Autoren, ne, das ist der, der allererstes Spiel, von Janine und Marvin, und, und, dass das vielleicht einen Ticken länger dauert, oder so, ne, wer weiß warum, weshalb es dauert, ne, vielleicht wird es auch eine super krasse Episode, oder so, ähm, Experiment bin ich, wie schon erwähnt, super, super, super gespannt drauf, weil ich das einfach ultra gut finde, und, ähm, ja, jetzt hab dann meine, meine wunderschöne, leichtfertige Visage, ähm, noch gesehen, gut, ist jetzt auch nicht die optimal, Position, ich hätte jetzt auch so ein Stehen, keine Ahnung, ähm, letztendlich, ich bin, wie ich bin, ne, ich, quassel, wie ich, quassel, in den Videos, ohne mich zu verstellen, und, keine Ahnung was, das tue ich jetzt hier, genauso wie ich nicht, von daher, ist eigentlich gar nicht verkehrt, ne, warum das große, fette, ja, wie sagt man, Setting jetzt hier aufbauen, oder so, ähm, ich hab sogar ein Ringlicht, das hält man theoretisch, aber, ja, mein Gott, vielleicht beim nächsten Mal, naja, ähm, ja, mir ist natürlich aufgefallen, dass bei Argus viele Leute draufgegangen sind, ähm, Argus war auch das erste Spiel, was ich wirklich aktuell mitverfolgt hab, ne, hatte ich ja auch schon in irgendeiner Folge erwähnt, das hab ich aktuell gehalten, sobald eine neue Episode rauskam, war ich natürlich auch immer sehr schnell im Togladen, das war alles auch so geplant, bewusst, ähm, weil man einfach im YouTuber-Denken auch, natürlich das ein bisschen drin hat, dass, ähm, da halt auch viele Leute dann draufgehen, neues Spiel, oh, mal gucken, ne, ähm, definitiv, ne, und ich hab ja auch gesehen, dass es wirklich was gebracht hat, und dementsprechend war ich auch motiviert, und hab mich auch super gefreut, dass so viele Leute draufgegangen sind, so viele Leute kommentiert haben, und, wie auch schon erwähnt, dann auch, das als Abendprogramm nutzen, sich den ganzen Tag drauf freuen, und zum Abschalten, und keine Ahnung, ähm, ich seh mich hier und denk mir, ja, weiß ich nicht, cool, aber, ne, man kann das selbst immer nicht so, äh, nicht so begreifen, ne, egal wie, egal ob's jetzt, zehn Leute sind, die auf dein Video gehen, die sich den ganzen Tag drauf freuen, oder halt 100, begreifen kannst du's nicht, äh, man freut sich über jeden Einzelnen, aber es ist schon komisch, nach wie vor, weil du siehst halt einfach nur die Zahlen, wenn du Kommentare, oder irgendwie direkte Nachrichten kriegst, ist nochmal was anderes, hab ich auch ein paar bekommen, freu ich mich auch immer sehr drüber, ähm, könnt ihr gerne auch so weitermachen, ne, ich antworte, wie es passt ja auch dann meistens, ähm, wie ihr wisst, bin ich auch kein Fan von großen, rumghosten, oder sowas, aber ja, man hat natürlich auch zu tun, und muss dann die Zeit finden, oder sich nehmen, und so weiter, ne, ja, und ja, dann kann ich nur abschließend wieder sagen, vielen, 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 vielen Dank, bin gespannt, ob sich das irgendeiner bis hierhin tatsächlich gibt, gegeben hat, ne, bis zu diesem Punkt, ist ja jetzt doch nochmal eine halbe Stunde, die hier oben drauf geht, ähm, aber ich finde es halt einfach auch wichtig, ne, einfach auch, ja, was zu sagen dazu, ne, ähm, weil das kommt ja auch ab und zu mal vor, dass Leute das halt echt nicht so geil finden, wenn ich jetzt halt mal wie so abschweife, und hier und da irgendwie fasle, aber das gehört einfach dazu zu nem Let's Play, ne, Let's Play ist halt einfach, dass du's kommentierst, ne, es ist kein Hörbuch, dass du's einfach blöd vorliest, und mehr, nicht mehr machst, hallo, tschüss, ne, hallo vorlesen und tschüss, sondern, es hat auch mein Frosch im Hals, sondern, du kommentierst es, na klar, hier und da, übertreibt man ihn vielleicht ein bisschen, aber das ist halt leider, in dem Fall meine Art, ne, die meisten mögen das, glaub ich sogar, ähm, aber nicht alle, ja, es gibt auch welche, die spielen es halt, wie schon erwähnt, stumpf durch, ne, und, das ist einfach nicht meine Art, das möchte ich auch nicht, ich möchte mich auch mit dem Spiel befassen, ne, wirklich gedanklich auch irgendwie befassen, ähm, bei gewissen Themen, gar Experiment zum Beispiel, lädt dazu ja voll ein, aber, ja, ich mag das nicht, einfach stuhr durchzuspielen, ohne sich über einzelne Sätze, oder irgendwas mal Gedanken zu machen, ne, wenn, wenn es gerade reinpasst, und, ähm, ja, also es gibt halt wirklich auch, ne, Let's Player, die das, spielen, und wenig, zu sagen, sondern mehr nur vorlesen, ich hab tatsächlich auch mal einen gesehen, der nur, ähm, der nur spielt, ohne irgendwas zu kommentieren, ohne vorzulesen, und, ja, man hat halt die freie Wahl, ne, natürlich freue ich mich, wenn Leute dann sagen, hey, ich gucke beim Google, so ungefähr, ähm, freu mich natürlich aber auch bei anderen Let's Playern, ein paar kenne ich ja auch tatsächlich, die das auch machen, ähm, wenn die da, ne, wenn die da, ihre Aufrufe kriegen, und auch da, ähm, was zurückbekommen, freu ich mich natürlich genauso, und ansonsten, ja, kann man gespannt sein, was noch kommt, dann machen wir noch, in der Zwischenzeit, äh, natürlich sieben weiter, dann machen wir, ähm, vielleicht noch Circus VIP ist noch offen, da sind noch ein paar Dinger, und, ähm, Experiment VIP komme ich gerade nicht so richtig rein, in dieser Beta-Version irgendwas leider, machen wir dann vielleicht im LP oder so, mal gucken, und, ja, das ist auf jeden Fall noch offen, ich habe auch ein neues Spiel auf dem Schirm, das gibt es allerdings noch Englisch, und, die Minigames sind da super schwer, die schaffe ich alleine nicht, da kann man sich aber immer gut Hilfe holen, ähm, aber es ist super cool, Elmwood, ich glaube, Elmwood, Trail oder so, ähm, wer sich für die Art, äh, Spiele interessiert, auf jeden Fall mal reinschauen, ähm, Red 4 Hills auch, ist auch sehr cool, ähm, da kommen die Episoden auch in kürzeren Abständen, aber die sind auch kleiner, aber bei Elmwood ist ja geil, es ist super kreativ, es ist extrem kreativ, ich hoffe, da kommt bald noch eine deutsche Version irgendwann, dann werden wir das auch als Let's Play machen, wenn wir uns da durch mogeln, mit den ganzen Tipps, die man da bekommen kann, aber das würde ich euch gerne auch zeigen, ähm, Moonvale wird bestimmt noch ein bisschen dauern, das ist gleich bei 20% oder irgendwas, und sagen wir mal ein Viertel vielleicht, ähm, ja, das nächste wird dann wirklich Experiment sein und sieg ein bisschen weiter machen, ne, ähm, was ich dann halt entspannt, ja, ne, ganz entspannt mache, nehmt es mir nicht übel, hier draußen bellt jemand, ja, ähm, wie gesagt, ich freue mich nach wie vor, wenn die Leute bei mir dranbleiben, ne, und nehmt es mir wie gesagt nicht übel, wenn ich hier und da mal abschweife, manchmal ist es ein bisschen zu lang, das denke ich mir auch, wenn ich den mal doch mal reingucke, denke ich mir so, was erzählt der denn da, ne, das kriegst du selber gar nicht, so meistens so mit, ne, nicht immer, so wie jetzt auch, ist schon wieder eine halbe Stunde rum, ist halt krass, ne, ähm, aber Leute, ihr müsst es so sehen, ich finde es immer noch spannender, als jemand, der da sitzt, versteht, oder wie auch immer, ähm, der dann nicht weiß, was er sagen soll, ne, der dann nur bedingt Wörter rausbekommt, aber gerne ein Let's Play aufnehmen will, ne, da gibt es halt viele von, und, ja, ich finde lieber ein bisschen mehr sagen, als zu wenig irgendwie, ne, ähm, dass man dann doch vielleicht irgendwie einen Punkt bei den meisten Zuschauern kriegt, dass die dann sagen, hey, ich höre da ganz gerne zu mal, vielleicht nicht immer, aber ab und zu schon, und, ja, bei anderen denkst du dir so, höre da, rede ich ja kaum, so, ne, ähm, ja, ein gutes Mittelmaß wäre gut, aber da weiß ich halt selber bei mir, ne, wie schon erwähnt, manchmal merkst du das gar nicht selber, dass du jetzt auf einmal 10 Minuten, ne, abschweifst oder so, naja, ich würde sagen, wie am Ende der Folge auch, ne, alle, die neu dazugestoßen sind, vielen Dank fürs Zuschauen, Like, Kommentar, Abo, ja, Nachrichten schicken wir auf Instagram, kann das gerne machen, hab ich auch erwähnt, muss man aber auch immer mal erwähnen, ich will hier nicht irgendwie die ganze blöde Werbung, Eigenwerbung machen, aber man muss es manchmal einfach mal erwähnen, ne, ähm, das gehört halt dazu, und, ja, kann ich sagen, noch einen schönen, angenehmen Tag, Abend, Nacht, ich weiß, ich war nicht so hochlade, vielleicht werde ich es heute Nacht schon hochladen, irgendwie, ne, und, ja, dann werden wir uns, hoffentlich, beim nächsten Let's Play sehen, vielen Dank, und dann, bis zum nächsten Mal, und da.